Wie fühlst du in diesem neuen Team? Gut, ich glaube, der Winter ging gut. Ich bin gut vorbereitet für die Saison und natürlich ist es jetzt sehr spannend, die erste Rennen in New Jersey zu machen. Was ist mein Stichwort für diese Saison? Letztes Jahr haben wir dich auf der TT entwickelt. Wir wissen, du bist ein Sprinter. Was ist das? Ja, ich denke, dieses Jahr wird ein Mix aus drei Sachen. Die Sprint, die Klassiker und die Time Trial. Und ich hoffe, dass ich die Ergebnisse in allen drei Disziplinen kann. Heute, was erwartet ihr? Dass es ein 36 km ist? Ja, ich denke, ich bin in guter Form, aber ich denke, dass es sehr hart wird. Ich mache immer mein Bestes und hoffe, dass ich am Ende in der Sprint sein werde. Du denkst, dass es ein Team wie Backexchange, die versuchen wir zu machen? Ja, ich erwarte definitiv das Team Michael Matthews und Movistar und vielleicht Movistar, um ein sehr hartes Pace zu setzen, um Leute wie ich, Leute wie Alexander Christoph und Pascal Ackermann. Aber natürlich hoffe ich, dass ich erst einmal in der Gruppe bleiben kann oder erst einmal zurückkommen. Und dann sehen wir, wie die Finale geht.